Normalerweise sind meine Beiträge und Anleitungen ja explizit zum Nachmachen gedacht, doch heute geht es um das genaue Gegenteil. Ich werde euch zwei Wege zeigen, wie ich Node.js nicht auf dem Raspberry Pi installieren würde und erkläre euch sowohl wie der Weg funktioniert, aber auch aus welchen Gründen ich den nicht wählen würde. Nein, doch! Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Node.js ist vielen von euch bestimmt ein Begriff. Das Ganze basiert auf der Google V8 Engine, die JavaScript aus dem Browser herausholt. Das war ja bisher nur eine Sprache für Webbrowser, um dort eben auf Webseiten ausgeführt zu werden. Mit Node.js kommt das Ganze auf den Desktop, also man kann Desktop-Anwendungen damit entwickeln oder auch Server-Applikationen, also eine vollwertige Skript-Sprache wie jetzt Python und andere. Wir sind hier auf einem frisch installierten Raspberry Pi 4. Das können wir hier auch mal ganz kurz nachgucken mit diesem kleinen Werkzeug hier. Da gibt es einen Log-Eintrag, Machine Model und da sehen wir ein Raspberry Pi 4, Modell B, Revision 1.1. Da ist das aktuellste oder zum Stellzeitpunkt dieses Videos aktuellste Raspberry Pi OS 11, basiert auf Debian 11, drauf installiert, ganz frisch, ohne irgendwelche Software, nur alle Updates wurden eingespielt. Die erste Methode ist die Paketverwaltung. Wenn wir hier mit apt-search mal nach Node.js gucken, dann finden wir da nämlich sogar mittlerweile ein Paket oder sogar einige Pakete. Aber das, worauf ich hier hinaus möchte, ist dieses hier, das, wo nur Node.js heißt, ohne Zusatz. Das ist nämlich die Node.js Laufzeitumgebung. Damit kann man das ziemlich einfach installieren, wie jedes andere Paket, sudo apt install node.js. Und damit wird das mit dem einen Befehl auf unserem Pi installiert, sodass wir das dann gleich nutzen können. Uns stehen jetzt die Kommandozeilenwerkzeuge zur Verfügung, also Node.js, das können wir hier mal mit Version aufrufen. Und natürlich auch NPM, der Paketmanager, mit dem wir eben Pakete aus dem Ökosystem installieren können. Aber hier seht ihr schon eine Auswirkung des Problems, was ich mit dieser Variante habe. Wir haben hier nämlich eine ziemlich alte Version 12.22. Diese Version hat schon am 30.04.2022, ja, also letztes Jahr, ihr Lebensende erreicht, ist also zum Erstellzeitpunkt dieses Videos bald anderthalb Jahre alt. Sie wird nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt. Das ist also erst mal ein Sicherheitsproblem. Wenn es hier neue Schwachstellen gibt, dann werden die nicht mehr behoben, vor allem dann problematisch, wenn das eben irgendwie am Internet hängt, wo man das ausnutzen kann oder man eben anderweitig an das System herankommt. Das zweite Problem ist, bei so altes Software, da kommt es dann mit der Zeit auch vor, dass eben die Programme, die ihr nutzen möchtet, zum Beispiel NPM, um Pakete zu installieren, dass die nicht mehr funktioniert. Hier im Beispiel braucht der mindestens die Version 14. Und da gibt es sogar bekannte Probleme, dass die mit der 12er gar nicht funktioniert. Leider wird dieses Problem auch nicht so einfach behoben, denn wir haben hier ja die Version 11 von Debian und dem Raspberry Pi OS, die sind identisch, drauf installiert. Die Pakete werden ausführlich getestet und eingefroren, denn in dieser Hauptversion von Debian, also der Version 11, da bekommen die ganzen Pakete, wie eben hier jetzt zum Beispiel Node.js, bekommen bloß Sicherheitsaktualisierungen und kritische Bugfixe. Heißt also, diese Debian-Version oder die Raspberry Pi OS-Version, die wird nie ein Node.js 14, 16, 18, 20, wo wir mittlerweile schon sind, bekommen. Dafür muss man auf die nächste Hauptversion warten, also Debian 12. Und da sich das ja auch zieht, kann es sein, dass wir da das gleiche Problem wieder haben, dass dann die Node.js-Version, die dann drin ist, entweder kurz vorm End of Life ist oder sogar schon veraltet. Ich habe das in meinem eigenen Beitrag zur Vorstellung von Debian schon mal ausführlicher erklärt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Man bekommt sehr stabile Software, das kann durchaus sinnvoll sein, aber in dem Fall haben wir eben auch sehr veraltete Software, die zum Problem wird. Auch bei anderen Programmen ist das allein schon von der Funktion her schwierig. Zum Beispiel Etherpad, das ist schon ein Editor, wo man mit mehreren Personen daran arbeiten kann. Den kann man sich selber hosten, auch wenn man das bei Pi. Der braucht Node.js 16, 20 oder neuer. Hier sind wir also ganz weit hinten dran und könnten sowas zum Beispiel nicht installieren oder eben bloß mit Fehlern und Einschränkungen. Das ist fatal! Für die zweite Variante werfen wir mal einen Blick in den Download-Bereich von Node.js. Ich bin hier auf der offiziellen Homepage, habe hier die zwei Versionen zur Auswahl, einmal die LTS und die aktuellste mit den neuesten Funktionen, die hier bekommt Länge Updates. Und wenn ich da jetzt eben mal auf Other Downloads klicke, dann sehe ich hier eine ganze lange Liste für Windows, Mac und so weiter. Ich bekomme hier ein bisschen weiter unten, aber auch die Binary, also die Binärdateien, mit denen ich das Ganze direkt ausführen kann. In der Windows-Sort wäre das eine Echse. Und da wird eben neben der 64-Bit-Variante, also x86 für normale PCs, Laptops aktuell geeignet, gibt es hier auch die ARM-Version. Einmal ARM-Version 7, einmal 8. Die meisten werden 8 benutzen. Die 7, die gab es nur bis zum Raspberry Pi 2 mit der Version 1.2. Danach sind das alles ARM-V8-Prozessoren, die sind alle 64-Bit-fähig. Das mag vielleicht überraschen, weil das 64-Bit-Raspbian Pi OS vergleichsweise neu ist. Das kam erst Jahre später in die Demo. Ist aber tatsächlich so, dass die Prozessoren schon Jahre davor 64-Bit-fähig waren. Auf jeden Fall wäre das hier der Download-Link. Den können wir uns hier mal rechtsklicken, Adresse kopieren. Dann wechseln wir wieder auf den Raspberry Pi, laden uns das mit VGET zum Beispiel einfach mal herunter, dieses Archiv und haben hier jetzt eben so ein TAR-GZ, das gleich heißt wie die Version, die wir hier genommen haben. Da können wir jetzt hier mit TAR-XF das Ganze auspacken. Dauert einen kleinen Moment. Dann legt er uns gleich einen Ordner an, der genauso heißt wie das Archiv. Das ist der hier. Und wenn wir da jetzt mal schauen, da gibt es einen Unterordner BIN mit den ganzen Binaries, BIN-Dateien für Node, NPM, den Paketmanager und so weiter. Hier wäre das eben jetzt die aktuellste Version 18.17.0. Über die global nutzbaren Befehle ist jetzt hier noch die alte Version drin. Da könnte man jetzt einfach die deinstallieren mit remove Node.js. Jetzt ist die weg. Wir sollten hier allerdings nicht bloß die Binaries verschieben, denn in dem Ordner liegen noch ein paar Abhängigkeiten. in den Bibliotheken. Das heißt also, da würde es jetzt sich anbieten, das nicht in User Local Bin zu verschieben, sondern dass wir hier uns einen Ordner anlegen und zwar in Opt. Diesen Ordner, den wir in Opt anlegen, nenne ich mal Node.js-18. Kann man aber frei benennen, wie man möchte. Damit ich darauf zugreifen kann, ohne Sudo gebe ich hier mit der Variable User volle Rechte auf meinen Benutzer. Jetzt kann ich nämlich hergehen und den Inhalt von diesem Ordner, den wir gerade entpackt haben, dort mal hinein verschieben. Um die Befehle systemweit ohne Pfad nutzen zu können, gehen wir hier einmal mit einem Texteditor. Wim zum Beispiel nehme ich hier in die Bash.rc vom Home-Verzeichnis, fügen hier einfach mal ganz oben eine Zeile hinzu, wo wir die Path-Variable anpassen und zwar erweitern mit einem Doppelpunkt, also der bisherige Wert-Doppelpunkt und jetzt kommt eben der neue Pfad hier, wo ich es abgelegt habe, Opt.node.js-18, speichere das, lade den mit einem Punkt davon neu. Jetzt kann ich hier mit Node-Version das mir ausgeben lassen, kann es überall nutzen, genauso npm. Das würde jetzt auch funktionieren in einer neueren Version und wenn ich jetzt hier mit Witch gucke, Witch.node zum Beispiel, ist das die, wo ich gerade hier angelegt habe. Klappt soweit gut, war es also daran schlecht. Das Problem hier ist, dass wir keine zentralen Aktualisierungen über die Paketverwaltung bekommen, denn hier zum Beispiel sudo apt-update, da gibt es ja keine Paketquelle, wo der eben hier weiß, wo man prüfen muss, ob es da Updates gibt und die dann entsprechend mit apt-upgrade herunterladen kann. Das funktioniert also beides nicht, folglich müssen wir das von Hand machen. Man muss also von Hand regelmäßig im Blog zum Beispiel von Node.js gucken, gibt es eine neue Version und sie dann entsprechend herunterladen oder in RSS-Feed abonnieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Erfahrung zeigt jedoch, das wird oft irgendwann vergessen, nach ein paar Monaten hat man das nicht mehr so intus, was man da so alles händisch installiert hat, dann gibt es keine Dokumentation, das fällt irgendwann dann erst später auf, wenn die Software nicht mehr funktioniert, weil die Version so veraltet ist. Ihr habt es eben gesehen, bei der apt-Version kommt dann auch teilweise ein Fehler, dass die Version zu alt ist und dass man eben hier Updates einspielen muss. Oder aber noch schlimmer, ihr habt dort irgendwas laufen, das übers Netz erreichbar ist und das dann irgendeine Schwachstelle aufweist, die der Angreifer ausnutzen kann. Diese Methode hier würde ich daher nicht strikt verneinen, dass man sie einsetzen kann, sondern sie nur einsetzen, wenn man genau weiß, was man tut und auch tatsächlich eine Methode findet, dass man das von Hand auf dem aktuellen Stand halten kann. Zum Beispiel auf Bildservern kann das interessant sein, wenn man dort eben mehrere Versionen liegen hat, denn man könnte jetzt hier auch ganz einfach sagen, ich lege mir hier in Upd nochmal einen Ordner an, Node.js 20 zum Beispiel, habe mehrere parallel, habe das sauber getrennt, das ist hier kein Problem. Nach diesen zwei Methoden, wie ich es nicht machen würde, möchte ich euch aber auch noch zeigen, was ich denn als bessere Alternative empfehle. Dazu folgt noch ein weiteres Video, soweit kann ich schon mal spoilern. Es wird ebenfalls zwei Wege geben, nämlich zum einen Container mit zum Beispiel Docker, aber auch eine Alternative für die Paketverwaltung, mit der ihr neuere, aktualisierte Pakete, in diesem Fall von Node.js bekommt. Nun könnt ihr gerne eure Meinung zu uns auf Philips.de ins Forum schreiben oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.